Hallo, mein Name ist Dr. Julia Lämmerhirt und ich bin Hautärztin in Wien. Und Sie sind wahrscheinlich hier, weil Sie Probleme mit Ihrer Haut haben. Mit Unreinheiten, mit Pickeln, Entzündungen und Akne. Vielleicht seit vielen Jahren oder sogar schon seit der Pubertät. Und Sie waren sicher auch schon beim Hautarzt und haben verschiedene Cremen bekommen und andere Medikamente und vielleicht sogar so eine starke Tablettenkur auch gemacht. Und immer noch sind Sie nicht an dem Ziel angekommen, schöne und reine Haut zu haben. Die Probleme und Entzündungen sind einfach immer und immer wieder gekommen. Und jetzt sind Sie an einem Punkt, wo Sie sagen, es muss doch irgendetwas geben, was ich selber tun kann. Und Sie haben sich im Internet schlau gemacht und gelesen, was alles einen Einfluss auf die Haut hat. Die Ernährung und die Verdauung und wie Sie entgiften und die Hormone und auch der Stress und welche Auswirkungen das alles auf Ihre Haut hat. Und vielleicht sind Sie gar nicht viel schlauer geworden, sondern haben jetzt noch mehr Fragen als Antworten gefunden. Und hier möchte ich Ihnen weiterhelfen. Und ich möchte Ihnen das weitergeben, was ich in jahrelanger Praxis mit meinen Patienten erarbeitet habe. Und bei Ihnen angewendet habe und möchte auch Ihnen diese Resultate und Erfolge ermöglichen, die ich bei meinen Patienten gesehen habe, durch eine Veränderung der Lebensweise. Und ich bin ausgebildete Allgemeinmedizinerin und praktizierende Hautärztin, eben in meiner eigenen Praxis in Wien. Und ich habe auch zusätzlich noch eine Ausbildung im Ayurveda gemacht, bei Dr. Deepak Chopra in Kalifornien. Und im Ayurveda, da habe ich gelernt, dass die eigene Lebensweise der Patienten das Wichtigste für das Gesundwerden ist und dass die Medizin erst an zweiter Stelle kommt. Und ich habe das auch am eigenen Leib erfahren, denn ich bin auch meine eigenen gesundheitlichen Probleme auf diese Art und Weise losgeworden. Und deshalb bin ich auch so überzeugt von dieser Arbeit und bin überzeugt, dass Sie es auch schaffen können. Und ich habe eben in dem Online-Kurs Endlich frei von Akne die Schritte zusammengefasst, die ich auch mit meinen Patienten in der Praxis durchgehe. Da lernen Sie, welche Ernährung denn jetzt die Entzündungen beruhigt und verhindert, dass neue Entzündungen entstehen. Und wie Sie Ihren Körper effektiv und auf sanfte Art entgiften können und Ihre Verdauungsarbeit optimal unterstützen können. Und auch, wie Sie Ihre Hormone durch Ernährung und Lebensweise zu Ihren Gunsten beeinflussen können und die Auswirkungen von Stress, die negativen Auswirkungen von Stress auf Ihre Haut verhindern können. Und ich möchte auch Sie mit diesem Kurs Schritt für Schritt durch diese Themen begleiten. Und das Schönste für mich ist am Schluss, wenn meine Patienten nicht nur die Entzündungen losgeworden sind und sagen, wie wohl sie sich wieder in ihrer Haut fühlen, sondern wie wohl sie sich allgemein in ihrem Leben fühlen und wie das ihr Leben auf so viele Arten in so vielen Bereichen verändert hat. Und genau das ist das, was ich mir auch für Sie wünsche. Und das ist das, was ich mir auch für Sie wünsche.